I've been here before, I'm no stranger to this town. Bailey, wir haben es immer noch nicht geschafft. Irgendwas muss sich ändern. Okay, in welche Richtung? Du bist raus. Sie ist drin. Was? Oh, hey, Entschuldigung, ich... Sind Sie nicht von der Nanny-Agentur? Nein. Verflixt. Haben Sie Erfahrung mit Kinderbetreuung? Nein. Haben Sie Erfahrung mit Lügen? Ich schon. Hey, Leute, hier ist die neue Nanny. Ich habe eine Panne und mein Handy ist leer. Könnte ich telefonieren? Hi, ihr drei. Und wer sind Sie bitte? Oh, ich bin Bailey. Ich bin unsere neue Nanny. Nanny Nummer 10 ist der Bringer. Ja. Zehn Nannys? Was stimmt denn nicht mit euch? Unsere Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Das tut mir sehr leid. Ich will nur, dass Sie wissen, dass ich für Sie da bin. Wer nimmt sie denn sonst noch? Niemand. Ich habe noch nie erlebt, dass die Kinder so auf jemanden reagieren. Aber sie hat keine Berufserfahrung. Ich sehe voll scheiße aus. Chloe? Von wem hast du das? Nicht von Bailey. Ich gehe meine Sachen packen. Du gibst mir hier Liebestipps aus einer Fernsehserie? Natürlich. Red weiter. Wie oft war sie schon für uns da? Soll ich den Produzenten erzählen, wie wir in eine Bar gegangen sind? Nein. So wie sie für mich in dem Tornado da gewesen ist. Ja, so wollte ich das. Warum kannst du nicht sein wie sie? Du hast deine Mutter verloren und brauchtest gerade heute eine Nanny. Aber ich schätze, diese Nanny braucht dich mehr als du siehst. Bailey, sie sind wirklich die schlechteste Nanny, die wir jemals hatten. Ich weiß. Aber ihr Herz ist so groß wie Texas. Ich weiß. Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Was ist da drunter? Die letzten neun Nannys. Das war ein Witz, oder? 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 Das war ein Witz. Das war ein Witz.